Liebe Zuschauer, ein ganz herzliches Willkommen hier aus Düsseldorf zur heutigen Sendung von HSBC Daily Trading TV. Mein Name ist Jörg Scherer und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Ja, wir müssen reden über den wiederaufgenommenen Zinsanstieg. Zu Jahresbeginn schon mal ein großes Thema. Deswegen heute explizit der Blick auf den Tages- und den Monatschart der 10-jährigen Rendite in den USA. Aber dabei wollen wir es nicht belassen. Im zweiten Schritt wollen wir danach auch noch die Brücke schlagen zu den Auswirkungen, die dieser Zinsanstieg möglicherweise auf den Technologiesektor haben könnte. Und hier haben wir uns konkret den Nasdaq 100 rausgegriffen. Starten wir mit dem Blick auf die 10-jährige Rendite in den USA. Und als erstes habe ich den Tagesschart vorbereitet. Magische 2%-Marke lautete eine unserer Überschriften im großen technischen Jahresausblick der HSBC. Und diese magische 2%-Marke können Sie, liebe Anlegerinnen und Anleger, sehr gut im Tagesschart erkennen. Diverse Hoch- und Tiefpunkte, die wir in diesem Dunstkreis ausgeprägt haben. Ein Fibonacci-Level, das hier angesiedelt ist. Und dann last but not least die beiden Kursziele aus den Konsolidierungsformationen, die wir im Verlauf des vergangenen Jahres ausgeprägt hatten. Es kommt also einiges zusammen bei der 2%-Marke, deswegen diese Headline absolut berechtigt. Und jetzt haben wir diesen Deckel bei 2% gelüftet. Entsprechend groß ist die charttechnische Relevanz dieses Vorstoßes in neue Regionen. Nämlich mit 2,17% haben wir auch ein neues Verlaufshoch markieren können. Das ist technisch immer ein sehr schönes Signal, denn der zugrunde liegende Aufwärtstrend, der wird durch jedes neue Bewegungshoch eben untermauert, bestätigt und mit einem zusätzlichen Ausrufezeichen versehen. Charttechnisch hat der Sport über die 2%-Marke noch eine weitere Dimension und die lautet, damit kann die seitliche Schiebezone, die wir in den letzten Wochen ausgeprägt haben, als abgeschlossen angesehen werden. Wir haben also aus dieser Trading-Range den Ausbruch nach oben vollzogen, ein weiteres trendbestätigendes Signal. Und aus der Höhe dieser Formation ergibt sich ein Kursziel von 2,45%. Also noch ein bisschen Luft nach oben. Und an der Stelle vollziehen wir den Schwenk auf die höhere Zeitebene und schauen uns den Monatschart der 10-jährigen Rendite ein bisschen genauer an. Denn der ist im Moment auch ganz hervorragend geeignet, um zu fragen, wie weit kann denn der Zinsanstieg in den USA tatsächlich noch tragen? Erstmal habe ich einen ganz großen strategischen Kurstreiber im mitgebrachten Chart eingezeichnet. Das ist diese inverse Schulterkopf-Schulter-Formation, die wir jetzt über Jahre ausgeprägt hatten und zu Jahresbeginn tatsächlich dann auch den Befreiungsschlag in Form des Abschlusses dieser unteren Umkehrformationen vollzogen haben. Also auch hier steht die Börsenampel sozusagen auf grün in Sachen Fortsetzung des Zinsanstiegs. Und was die Kursziele betrifft, dann sieht man diesen ganz langfristigen Abwärtstrend, den wir im Prinzip, der uns begleitet, solange wir denken können, ein bisschen salopp formuliert, seit Anfang der 1980er Jahre bei 2,61 Prozent und knapp darüber der langfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Monate 2,67 Prozent. Das sind dann wirklich schon knackige charttechnische Marken, die eben im langfristigen Kontext auch ein sehr signifikantes Anlaufziel darstellen. In der Summe gehen Tages- und Monatschart derzeit Hand in Hand, sodass Anlegerinnen und Anleger hier an der Stelle wirklich von einer Fortsetzung des Zinsanstieges ausgehen müssen, zumindest solange man nicht nachhaltig unter die altbekannte magische 2-Prozent-Marke zurückfällt. So, und dann können wir im zweiten Schritt versprochenermaßen zum Technologie-Sektor und zum Nasdaq 100. Das Allzeithoch beim Tech-Sektor stammt mittlerweile aus dem November 2021, 16.765 Zähler. Der Renditeanstieg hat sich ja zu Jahresbeginn schon mal als Belastungsfaktor erwiesen. Deswegen der Blick heute umso spannender nochmal auf den Nasdaq 100. Denn, fangen wir mal ganz einfach an, in Anführungszeichen. Wir sind zuletzt bis auf 13.000 Zähler zurückgefallen, inklusive eines neuen Verlaufstiefs. Und wenn man jetzt den Abstand vom angesprochenen Rekordhoch 16.765 Zähler sieht, dann haben wir um mehr als 20 Prozent nach unten korrigiert. Warum ist das so wichtig? Ja, ein Kursabschlag vom Hoch um mehr als 20 Prozent markiert die Schwelle für einen Übergang in einen Bärenmarkt. Ja, also technische Analysten können zwischen 10 und 20 Prozent noch von der Konsolidierung, von der Korrektur sprechen. Ein Kursabschlag gerechnet von einem markanten Hoch um mehr als 20 Prozent nach unten. Dann ist eben die Schwelle von der Konsolidierung überschritten und wir müssen in Zukunft von einem Bärenmarkt ausgehen. Und das ist genau die Ausgangslage, die der Nasdaq 100 jetzt jüngst zu Wochenbeginn erreicht hat. Wenn man auf den mitgebrachten Wochenchart schaut, dann sieht man parallel dazu eben auch noch einen charttechnischen Belastungsfaktor. Und das ist diese im Kursverlauf eingezeichnete Top-Formation. Und wenn man das jetzt alles zusammennimmt, dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung des Zinsanstieges. Das haben wir zuerst besprochen. Wir haben den Übergang in den Bärenmarkt beim Nasdaq 100 und wir haben parallel und zusätzlich dazu eine vorliegende Top-Formation. Also charttechnisch müssen Anlegerinnen und Anleger davon ausgehen, dass hier der Nasdaq 100 im Jahr 2022 weiterhin in schwierigen Fahrwasser verbleiben wird. Und das, liebe Zuschauer, war, glaube ich, ein ganz gutes Schlussfazit. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Tschüss aus Düsseldorf und bis nächste Woche hier an dieser Stelle zu einer neuen Sendung von HSBC Daily Trading TV. Bis zum nächsten Mal.